Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jens Rabe und du bist richtig, wenn es dir um Börseinvestment und Trading geht. Mit diesem heutigen Video möchte ich anfangen, dass wir uns ein wenig mehr mit dem DAX beschäftigen. Der DAX kennt zwar jeder, wenn man aber mal ein bisschen nachfragt, wissen eigentlich nur ganz, ganz wenige, was steckt denn eigentlich so richtig hinter dem DAX. Und um da ein bisschen Aufklärung zu betreiben, starten wir also heute mit dieser neuen Serie. Bleibt dran, denn alleine heute schon wird es sehr, sehr spannend.